Eine klassische Kombination, die so sehr häufig anzutreffen war, ist ein Secultor gegen den Rethiarian. Also ein sehr schwerer und sehr schwer gepanzerte, gegen einen sehr leichten und sehr leicht bis gar nicht gewüsteten Kämpfer. In diesem Fall als Secultor Osus gegen Pulus Rethiarius. Das war jetzt los. Gleich besser. Fertig. Punkt los! Wollt ihr einen Reizag? Starek? Wollt ihr einen Reizag? Wollt ihr einen Reizag? Dann geht das jetzt. Okay. Bogarik! Ja. 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 Wooh! Was ist das denn? Warte! 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 Unus, Viktor!